Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Southern Bunger. Der Southern Bunger ist ein starker Cocktail, der als Longdrink serviert wird. Er wird direkt im Gästeglas hergestellt. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Wodka, 3cl Southern Comfort, frisch gepresster Orangensaft, Scheibe Orange, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Longdrinkglas, Stirrer, Zubereitung, Eiswürfel in ein Longdrinkglas geben, Wodka und Southern Comfort darauf geben, mit einem Stirrer verrühren, mit Orangensaft auffüllen, mit einer Scheibe Orange garnieren, sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Klick hone der Zubereitung Vielen Dank.